Betrachten wir jeweils eine dieser unzähligen Zellen eines Organs genauer, so entdecken wir folgendes. Jede Zelle hat einen Zellkern, hier als bräunliche Kugel gezeigt, und es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen jeder einzelnen Zelle. Daneben gibt es die Mitochondrien, hier blau eingefärbt, und den Golgi-Apparat, hier leicht an der ufoartigen Struktur zu erkennen. Wenn wir diese drei Zellinhalte einer jeden Zelle miteinander vergleichen, wird deutlich, dass die Zellkerne, Mitochondrien und Golgi-Apparate der verschiedensten Zellen in ihrem Aufbau fast gleich sind. In jeder Zelle, in jedem Organ haben sie ähnliche Funktionen. Vereinfacht gesagt, der Zellkern ist der Träger unseres Erbgutes, der Chromosomen. Die Mitochondrien wandeln die Nährstoffe in die von der Zelle benötigte Energie um. Der Golgi-Apparat sorgt für die Aufnahme und die Abgabe von spezifischen Stoffen je nach Spezialisierung der Zelle. Die Zellen in der Bauchspeicheldrüse produzieren zum Beispiel das uns bekannte Insulin. Um dies zu verdeutlichen, beobachten wir eine Bauchspeicheldrüsenzelle in ihrer Umgebung. Die Mitochondrien, es gibt mehrere in einer Zelle, der Golgi-Apparat und der Zellkern, werden von einer Zellmembran umgeben und geschützt. Dies ist eine Zelle mit ihren wichtigsten Bestandteilen. Zellen sind umgeben von anderen Zellen, die alle die gleiche Funktion ausüben, in unserem Beispiel die Produktion von Insulin. Damit diese Millionen Zellen funktionieren können, benötigen sie Bioenergie. Die ist wiederum abhängig von der Verfügbarkeit lebenswichtiger Zellvitalstoffe. Unsere Blutgefäße transportieren die Zellvitalstoffe zu allen Zellen unseres Körpers. Ohne sie können die Mitochondrien, die wie kleine Kraftwerke wirken, aus Kohlenhydraten und Fetten keine Energie bilden. Die Golgi-Apparate sind vergleichbar mit kleinen Fabriken. Auch sie könnten ohne ständigen Zufluss von Zellvitalstoffen ihre Funktion nicht erfüllen. Hier sehen wir, wie das Herz-Kreislauf-System mittels einer kleinen Blutbahn dafür sorgt, dass Aminosäuren und Zink zu den Zellen der Bauchspeicheldrüse gelangen können. Erst mit Hilfe dieser Zellvitalstoffe können die Zellen ihre lebenswichtige Funktion ausüben, zum Beispiel Insulin produzieren. Ob es sich um Insulinbildung, das Wachstum oder die Stärkung des Immunsystems handelt, überall in unserem Körper laufen ähnliche Prozesse ab. Die Mitochondrien liefern die Energie. Die Zellkerne, die Information. Und die Golgi-Apparate, die in den speziellen Fällen benötigten Stoffe. Begeben wir uns auf eine Reise durch das Herz-Kreislauf-System. Hier erkennen wir bald, dass im gesamten Blutstrom lebenswichtige Zellvitalstoffe transportiert werden. Wir fragen uns an dieser Stelle, woher diese Zellvitalstoffe kommen, die für die Funktionstüchtigkeit jeder einzelnen Zelle so wichtig sind. Zum einen gibt es Zellvitalstoffe, die unser Körper selbst bilden kann. Aber wussten Sie zum Beispiel, dass wir Menschen, im Gegensatz zu fast allen Tieren, das für uns lebenswichtige Vitamin C nicht selbst produzieren können? Daher sind wir auf eine ständige Zufuhr von Vitamin C angewiesen. Und diese Zufuhr geschieht über die Nahrung. In unseren Lebensmitteln sind die für unser Überleben so wichtigen Zellvitalstoffe zu finden. Aber durch die zunehmende industrielle Herstellung und Weiterverarbeitung unserer Lebensmittel und deren Lagerung sind in unseren heutigen Lebensmitteln die Zellvitalstoffe nicht immer in ausreichender Menge zu finden. Bedenkt man nun noch, dass viele Menschen sich leider unbewusst ernähren, kommt man zu dem Schluss, dass der Mensch im Allgemeinen nicht genügend Zellvitalstoffe zu sich nimmt. In Abhängigkeit von der Qualität unserer Nahrung gelangen Zellvitalstoffe in unseren Körper. Angefangen bei den Zähnen wird die Nahrung stetig zerkleinert. Schon während des Kauens wird durch den Speichel unsere Nahrung weiter aufgespalten. Wenn unsere Nahrung so weit zerkleinert ist, dass wir sie schlucken können, gelangt sie über die Speiseröhre in den Magen, der mit der Speiseröhre verbunden ist. Im Magen wird die Nahrung weiter mittels der Magensäure verkleinert. Die Magensäure spaltet dabei unsere Nahrung so weit auf, dass irgendwann nur noch eine breiige Masse übrig ist, die dann in den Dünndarm weitergeleitet wird, wo sie mithilfe weiterer Verdauungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase aufgespalten wird. Die stark zerkleinerte Nahrung ist nun größtenteils so weit aufgespalten, dass die darin enthaltenen Zellvitalstoffe in den Blutkreislauf gelangen. Dies geschieht im Dünndarm. Die Zellvitalstoffe sind so klein, dass sie ohne Probleme die Dünndarm-Zottenwand durchdringen und so in die darin enthaltenen Blutbahnen gelangen. Dort angelangt werden sie vom Blutstrom transportiert und gelangen so an jede Stelle unseres Körpers, wo sie gebraucht werden. Hier können Sie sehen, wie Zellvitalstoffe über den Dünndarm in unser Herz-Kreislauf-System gelangen. Von dort werden sie durch dieses natürliche Transportsystem unseres Körpers an alle Stellen unseres Körpers gebracht und so können alle Zellen mit lebenswichtigen Zellvitalstoffen versorgt werden. Wir erinnern uns, ohne Zellvitalstoffe sind die Zellen unseres Körpers nicht in der Lage, ihre Funktionen adäquat auszuüben. So haben die Herzmuskelzellen in unserem Herzen die Funktion, sich, wie wir es von einem Muskel gewohnt sind, zusammenzuziehen und wieder zu entspannen. Das geschieht bei den Herzmuskelzellen fast gleichzeitig. Nur so ist unser Herz in der Lage, unser Blut wie eine Pumpe durch unsere Blutbahnen zu pumpen. Diese mechanische Anstrengung bedeutet natürlich, dass dabei Energie verbraucht wird und hierfür werden Zellvitalstoffe benötigt. Die Zellvitalstoffe werden nicht nur über die Blutbahnen an alle Zellen außerhalb der Blutbahnen transportiert, sondern versorgen auch die Zellen der Blutbahnen selbst, die die Gefäßwände bilden. Und selbst wichtige Zellen, die in den Blutbahnen transportiert werden, wie zum Beispiel Zellen des Immunsystems, erhalten diese Zellvitalstoffe. Fassen wir zusammen. Unser Körper besteht aus Billionen von Zellen und diese Zellen brauchen kontinuierlich Zellvitalstoffe, um ihre Funktion optimal zu erfüllen und sich selbst gesund zu erhalten. Einen Teil der Zellvitalstoffe kann unser Körper selbst herstellen. Bei anderen Stoffen, wie zum Beispiel Vitamin C oder auch der wichtigen Aminosäure Lysin, sind wir auf die Zufuhr durch Nahrung angewiesen. Durch die Nahrungsaufnahme und die anschließende Verdauung im Magen und im Dünndarm gelangen die lebenswichtigen Zellvitalstoffe in das Blut. Sie werden über die Blutbahnen an alle Zellen unseres Körpers verteilt. Nur durch die regelmäßige und optimale Versorgung mit Zellvitalstoffen ist gewährleistet, dass alle Zellen optimal funktionieren. Nur dann bleiben auch die Organe leistungsfähig. Über unsere Gesundheit wird also auf der Ebene der Körperzellen entschieden.